So, willkommen zurück zu einem neuen Part zu der Herr der Regel, die Schlacht um Mittelerde. Wenn es euch gefällt, hinterlasst doch eine Bewertung und wenn ihr mehr sehen wollt von diesen epischen Schlachten, dann hinterlasst doch ein Abo. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Hallo, willkommen zu dem letzten Part von die Schlacht um Mittelerde Teil 1. Heute geht es Sauron an den Kragen gegen diese 200 Orks und 10 Trollen, 60 böse Menschen, nochmal 200 Orks. Ja, das sind genug. Und das beim schwarzen Tor. Ähm, außer es hat noch gerade was, was mir Kommandeurspunkte geben würde. Nee, leider ist da nix mehr übrig. Nur noch Fähigkeitspunkte. Ja, dann auf zum schwarzen Tor. Das schwarze Tor Mordors hält alle Feinde des dunklen Herrschers aus Mordor fern. Und das soll so bleiben, beziehungsweise Donder und Rohan werden in Zusammenarbeit gegen Sauron antreten. Ich hoffe, das klappt. Denn wir haben eine lange Reise hinter uns. Und die soll glücklich ausgehen. Hoffentlich ist es auch so, dass es dann so ausgeht, wie ich bin. Und ich hoffe, das Spiel ist nicht so laut hier. Nee, ich glaube nicht. Aber die Maus gesehen, das wollte ich nicht. Der Tag mag kommen, da der Mut der Menschen erlischt. Da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaftsbande bricht. Dieser Tag ist noch fern. Denn heute kämpfen wir. Bei allem, was euch teuer ist auf dieser Erde, sage ich. Haltet! Entstand! Menschen des Westens! Haha! Nutzen Sie! Nutzen diese Lager, um die Armee zu unterstützen. Das mache ich. Ihr geht mal hier hin. Zack. 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 Ist hier irgendwo... Hier ist doch irgendwo ein Elbenkrieger... Trupp. Elbenkrieger! Der einen Namen trägt. Wir müssen die Wälder schützen. Schnell hier hin. Die Wälder, die Diener des Schattens, nicht! Wie viele Rohstoffe habe ich? 5.000. Gut. Ich habe keine Truppen. Nichts. Sie haben angegriffen! Äh. Dann... Das da. Wir sind für die Rohstoffe. Ähm. Rohstoffe. Verteidigung. Oh oh. Was haben wir denn? Erfälle in der Aufgabenhilfe. Sorge dafür, dass alle Helden die Schlacht überleben. Seinen letzten Atem. Haltet eure Stellungen! Möge dies ihr Ende sein. Geh du auch kurz hier hin. Runden. Sie haben angegriffen! Hilfe. Äh. Ich möchte nicht, dass sie sterben. Meine Helden müssen überleben. So. Menschen des... Menschen des Westens? Menschen des Westens. Das wollte ich sagen. Äh. Äh. Rüstung. Und hier. Äh. Pippin. Du kannst von mir aus hier hingehen. Stufe 8. Habe ich keine... Wir haben ein neues Gehör. Heilt euch! Sanne neuen Krieger! Gehen wir! Kurz müssen heilen. Wo ist die Truppe? Seid bereit, Elben! Die Piepmatz heißt... Da! Piepmatz 2. Er hat euch ein bisschen zurück. Äh. Ja, wenn ich Truppen haben kann, dann mache ich die da hin. Ich habe zu wenig Kommandeurspunkte für mehr. Äh. Truppen. Also. Tut mir leid. Das ist mir nichts. Hier dann vielleicht auch was. Die Feuerpfeile. Das Schild. Passt doch alles. Bei diesem Gehäfte kann ich nichts. Bei diesem Gehäfte könnte ich schon was. Okay. Okay. Interessant. Was ist denn hier noch? Ich bin bereit. Danke, dass du bereit bist. Geh hier hin. Was haben wir hier? Überlebe die erste Welle da. Die zweite Welle lockert die Armee-Modus heraus, damit Frodo seine Reise zum Schicksalsberg fortsetzen kann. Der Upgrade ist bereit. Machen wir. Ich hoffe natürlich. Alles. Geh doch hin. Kommt gut. Oh ne. Ja, was gut ist. Sanne euch Jäger. Du gehst da hin. Mist. Die Nazgul sind unterwegs. Schnell Pippin. Ich bin bereit. Uh, da liegt ne Elster. Oh. Sie sind ein bisschen stark, meine Truppen. Die geschmiedeten Klänen sind fertig. Geht auch hier hin. Du da. Lager. Und dann geh zu den. Deinen Kumpels da hinten. Warum ist das jetzt ein Gondorianisches Lager? Wir sind ja Rohan. Eh. Egal. Ich hoffe. Das ganze Projekt hat euch gefallen. Also. Mir hat es sehr Spaß gemacht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich sonst noch so spielen will. Äh. Welch soll. Äh. Ich hab da schon ein, zwei Spiele im Hinterkopf. Aber ihr könnt mir. Orks. Bereitet euch auf den Angriff vor. Oder brecht mich doch nicht beim Reden. Aber ihr könnt mir gerne noch Vorschläge. Reinschreiben in die Kommentarschens. Und natürlich auch ein bisschen Feedback. Wie es euch gefallen hat. Mich. Und meine Helden. Durch dieses. Diese Zeit zu begleiten. Lasst uns Orks jagen. Ja. Das werde ich. Eins, zwei. Wie viele Punkte? Zwanzig. Das wird dann. Der Feind in Deckung Männer. Zig. Das müssen zwei, drei mehr sterben. Komm schon. Sonne. Hier kommt die Sonne. Holt eure Waffen. Zurück. Zurück zur Festung. Oh oh. Das ist eine Stufe 10. Truppe. Äh. Die sind zu schnell. Piep Mats. Piep Mats. Wo bist du eigentlich? Da. Schade kann man. Äh. Ein bisschen Rückzug. Angriff abbrechen. Wir werden unseren Mut bewahren. Wir sind drei aufbekommen. Das äh. Äh. Piep Endo muss da bleiben. Zack zack. Ich brauche tatsächlich mehr Truppen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Aufzutausch. 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 Unsere Truppen werden angegriffen. Reitet sie zu Tode. Wo bist du? Dort. Meine glorreichen Truppen sind ein bisschen minimiert worden. Ich werde den Feind zerschmettern. So. Zweite Welle überstanden. An eure Bögen Landvolk. An eure Bögen Landvolk. Das ist das, was ihr machen müsst. Gehen wir. Sind da jetzt nur noch Elben? Ja. Äh. 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 Hilfe. Sind das nur Orks? Oder sind da auch Speerträger dabei? Äh. Ihr zwei? Geht hier hin. Okay, hier sind einige Truppen. Ich werde dies jetzt mal überreiten. So wie ich es gelernt habe. Nicht attackieren, sondern einfach nur überreiten. Das macht mehr Schaden. In und her überreiten. Und dann sind sie flach wie eine Flunder. Hehehe. Ach, ich bin ein kleiner Trottel. Hehehe. Ähm. Okay, ich opfere sie jetzt trotzdem. Zack. So. Alles attackieren, was da vorne ist. Ihr geht hier hin. Schön, wie meine Truppen da... ...aufgefüllt werden. Hat sich da was... ...geupgradet? Nein. Ah, fast. Leider nicht. Ähm. Habe ich hier noch Truppen? Nein. Was ist passiert? Die sind ja alle... ...schrecklich tot. Ähm. Hier, Stufe 1... ...1... ...2... ...die kann ich mal holen. Das kann ich holen. Ähm. Stufe 1... ...auch Stufe 1. Oh Gott, was kommt auf uns zu? Überliebend die dritte Welle. Was greift... ...Wagreiter. Okay. Äh. Ihr da? Ähm. Sind sie tot? Ja. Glück gehabt. Sehr schön. Oh, das war knapp. Der hätte fast meinen Turm kaputt gemacht. Oh. Oder das hier. Zum Glück habe ich ja hier noch den Piappin. Der... ...verteidigt diese Festung. Ganz, ganz sicher. Schmiede verbessert. Er schießt diese dunkle Brut. Schmiede verbessert. Das ist gut. 1, 2, 3. Wir haben die Schmiede verbessert. Ähm. Es wird Zeit zu ernten. Ihr könnt nicht nur mehr so lange für Ihr Jumeno-Mauerwerk. Schön. Numenorisches Mauerwerk. Das ist eine bessere Verteidigung. Wie viele Leben haben die Türme? 1.000. Okay, die haben alle 1.000 Leben. Macht euch kampfbereit. So. Högen bereit machen. Alles schön. Schaltaten bereit machen. Upgraden. Haltet die Augen offen. Rotgeschosse für die Katapulte aus den Zerstörten. Ich trage das Banner Gondor. Ich habe keine Katapulte. Das könnte ich aber auch noch haben. Ich trage das Banner Gondor. Seid ihr noch lange da? Nee. Also ich könnte jetzt hier zack und hallo? Jetzt. Och Gott. Warum? Warum? Wir müssen die Wälder schützen. Die haben einen Ends. Was haben die mit ihnen angetan? War sehr gut. Rüstung und Klingen. Rüstungen. Rüstung und Klingen. Hier ist nichts. So. Ihr da alle. Schön ein bisschen heilen. Dass ihr wieder vollständig seid. Nun. Rolle. Werder, ihr geht mal ein bisschen hier rüber. zusammen mit dieser Truppe. Und ihr. Ihr geht auch hier rüber. Ich werde diese Schmiede vernichten. Och Gott. Arme. Asato. Wir haben die Schmiede verbessert. Och Gott. Was passiert da? Eowin. Eowin. Geht. Nein, nein, nein. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Nein. Eowin. Gut. Dann ein bisschen Geld verdienen. Eins, zwei, drei, vier. Hier. Hallo. Oh, der ist schon tot. Hilfe. Mal der ganzen. Alles ist tot. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins. Oh, oh. Die kommen auf uns zu. Auf welche? Welche Truppe? Schnell. Nee, 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 nee. Schnell, schnell, schnell. Oh, oh. Sechs Minuten noch. Äh. Schnell. Kann ich hier was? Hier habe ich nichts, was ich Truppen machen kann. Hier, da. Wir haben dich dann für den Ruhm Gondors. Ähm. Unterstützt die hier. Bitte. Stallung verbessert. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein, Pippi. Halten die Augen auf. Was da? Hilfe. Ich sehe fast nichts. Ich hoffe, ihr seht. Was? Aber, oh. Äh. Pfeil. Pfeil. Was war da? Die Schmiede? Ja. Wir kämpfen für den Ruhm Gondors. Angriff. Männer Gondors. Formiert euch, Ritter. Formiert euch. Rückt raus. Reiter. Einfach schnell überrennen. Vielleicht kann ich die nochmal holen als Alliierte. Schwerter. Sieht eure Schwerter. Ich werde nicht im Lagerwaffe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier. Eins. Waldläufer. Wir kämpfen für Gondor. Gondorianischer. Lolle. Äh. Waldläufer. Wie viele Wellen gibt es? Geh aufs Pferd, wenn du reiten willst. Du. Aufs Pferd. Zack. Kämpft. Kämpft für euer Volk. Der Schießstand ist bereit. So. Komm schon. Komm schon noch die Elben. Bitte. Rohan und die Elben müssen wieder zusammenarbeiten. Los. Hallo. Ich sehe doch da. Das ist doch schon. Ah, jetzt. Mach ich das kurz so? Elbenkrieger. Tötet die Trolle. Mögen Sie hier verfallen Sie, Andor? Wir sind dann für den Ruhm Gondor. Die Orks kommen. Nein. Die Schlacht beginnt. Was? Ich habe doch keine Armee. Ich habe doch genug Rohstoff, aber. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muss ich das wieder? Nein, gut. Hilfe. 1, 2, 3, 4, 5. Jeder überreitet sie da oben. Ich gebe euch noch ein paar Truppen. Sehr schnell. Zack, zack, zack. Drei Minuten noch. Boah, ein bisschen Tageslicht. Doch es stoppt sie nicht. Mut für unsere Freude. So, ihr da. Gut, jetzt habe ich wieder ein bisschen Armee hier unten. Schilder. So, bitte, bitte, Schilder. Weiter geht er das Retour. Macht euch Kampfbereit. Haben die, ah, der hat meinen Turm hier vernichtet. Das ist gut. Da wird hergestellt. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, es windet ziemlich stark da draußen. Gut. Also, gut. Nicht gut, meinte ich. Oh Gott. Ich bin hier noch nicht mal richtig fertig mit meinem ganzen Hier. Mit meiner Armee, die ich aufbaue. Aber ist ja egal, hä? Meine Reiter. Helden. Ist es schon geupgradet? Nein, nein. Okay. Wisst ihr was? Ähm. Armee der Boten. Oh, falsche Taste. Ich trage das Banner Rohatz. Lasst uns gemeinsam Schwerte ziehen. Die Armee der Boten. Die sind zum Glück sehr stark. Das bringt mir etwas Zeit. Dritte Welle. Das ist immer noch die dritte Welle? Oh. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Weiter, weiter, weiter. Information ab. So, ihr. Alle werdet wieder geheilt. Die Schlacht wartet. Es könnten auch in der Nähe sein. Wir müssen unser Land verteidigen. Angriff. Dies ist unsere Stunde. Alles, was hier ist, attackieren. Und wie viel ist noch übrig? Ah, nicht mehr so viel. Gut. Ja. Tötet dich. Oh. Schon? Oh. Was mir jetzt hier in den Sinn kommt. Hipmatz 2 ist gestorben. Ups. Das wollte ich nicht. Hier, Angriff. Oder ne, hier. Alles hier. Ist es parat? Noch Angriff. Ja, hier, hier. Verstärkung. Gandalf soll kommen. Arameer. Äh, warum ist eigentlich Merry nicht mehr da? Feuerpfeile einsetzen. Ähm. Tschüss. Gebäude hier. Nochmal da, Gondor-Werkstatt. Die haben Feuerpfeile. Die können noch Feuerpfeile vertragen. Ihr auch. Und... eigentlich wollte ich gerade singen dabei daheim verblasst aber das ist so traurig du ich habe jetzt hier eine riesen armee sie sammelt sich hier aus das frage ich mich auch pippen du gehst aus pferd das hier ist deine dinge ein ist hier du hast das da du hast du hast dein pfeil du hast dein horn nun ihr alle geht nach hier vorne haben alle feuerpfeiler die feuerpfeiler brauchen ja du bekommst noch das schild die haben auch alles was gebraucht wird hier habe ich noch eine truppe die auch okay gut ich glaube diesmal sind wir jetzt in der überzahl gondor und rohan arbeiten wieder zusammen da gondor für rohan die west voll zurückgeobert hat ist das ganze hier parat liebe ents ich weiß es ist nicht euer krieg doch es ist eure welt die zunichte gemacht wird von sauron helft uns helft uns und unseren freunden jetzt greift an vernichtet sie oh gott sie sind viel zu stark ich hoffe ich kann jetzt ihn ein bisschen mehr raus locken aus seiner oh tschüss alle aus seiner beteiligungslinie oben schützen da weile los äh ends ah ihr lebt noch attacke attacke oder attacke 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 äh bitte alles was da oben ist attackieren nicht nur eine person beziehungsweise ein ork alle bitte irgendwie ist gerade nichts mehr los ich bin glaube ich ist etwas zu stark menschen gondors menschen rohans sammelt eure kraft sammelt euren mut ich weiß es ist schwer doch haltet stand haltet stand gegen die orks und trolle mordors vernichtet sie und alles was sie ausmacht vernichtet das böse in diesem land es wird euch gut tun gandalf geh nach da hinten du weißt was zu tun ist sprich das Wort der Macht vernichtet die ganzen truppen mordors ich müsste motivationssprechers werden es werden werden ja du bist wieder da und mary auch oder erreichten schicksalsberg in vier minuten oh gott truppen sauber hier folgt mir folgt mir männer des westens oh nassgust so du nikolas hilf mir hilf mir hilf mir hilf mir hilf mir hilf mir da steigen da steigen die leute ein level auf ne kleine armee der toten ich fordere euch auf euren eid zu erfüllen hilf uns im kampf gegen mordor und ihr werdet erlöst sein ich werde euch erlösen das würde ich sagen so jeder über rennt die hier noch ein bisschen kurz die trolle wenn ich die trolle die trolle sind zu böse oh schnell da hinten schnell 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 alles ja die armee der ist einfach zu stark sie ist weg ach das ich 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 mag das vielleicht ja truppen truppen des westens helf mir bitte aragon euer könig ist am sterben ich fürchte die diener des schackens nicht fertig Gandalf geh wieder ja reite nach da hinten ich fürchte die diener des schackens nicht dann müssen die truppen vernichten nur so ein bisschen oh ich werde den kein verschmetter sprich kurz Elendil nein äh Gandalf zurück in den schatten oh Gandalf hat der glück lange braucht das wort der macht noch äh 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 zack 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 nein nein meine Helden ah jetzt äh Legolas gut hoppen gut sammelt euch bitte hier ojejeje wir müssen wir müssen rüst handeln Gandalf ich bin verwundet sie greifen auf helft Gandalf oh Gott meine ganzen Helden sterben oh oh meine Truppen sterben schnell so häuser ah da hier zwei hier zwei verteidigt diese feste oh oh Gimli tu mir das nicht an nein er ist kein Baum immer noch nicht äh Legolas ist du bereit ja du auch ja sehr gut verteidigt diese Linie haltet sie haltet eure Linie haltet eure Linie 1 2 3 4 5 äh 4 und hier 1 2 3 4 5 so und dann Schild und dann 1 2 3 4 5 nein Faramir oh oh Rückzug wir müssen noch 25 Sekunden überleben wir dürfen hier nicht verweilen ich bin zurück und sie betroffen werden angegriffen die Erde braucht uns schnell Waldläufer wir kämpfen für eure Waffe nicht entschuldigung dass ich gerade nicht so viel rede aber ah ja ich spüre noch 5 Legolas und wir haben gesiegt aber mit zu vielen Verlusten ich falle was ist es wunderbar ich habe keine truppen mehr alle sind tot aber wir haben zwei millionen punkte und aus irgendeinem grund kein sound mehr gehabt okay das ist toll das ist wirklich toll jetzt läuft der schöner abspann leider keine musik da ich die ausmachen musste ich hoffe es hat euch gefangen wenn ja hinterlasst mir doch bitte eine bewertung und wenn ihr mir ideen anregungen oder tipps habt kann ich mir gerne in die kommentare in die kommentare schreiben es hat spaß gemacht das ganze hier ich hatte ich liebe her der ringe spiele ich bin mir schon überlegen ob ich als nächstes klar die schlechten mit lehrter 2 wäre dann das nächste aber auch zum beispiel spiel herr der ringe mittelerde mordor schatten oder schatten des krieges zu spielen oder falls ich es schaffe zu installieren würde ich auch der herr der ringe der krieg im norden probieren zu spielen aber ich muss erst mal schauen ob ich das installiert bekommen weil das letzte mal ich probiert habe wollte es nicht ja ich ich bin froh dass das ganze so positiv gelaufen ist und ich bin auch überst glücklich dass es dass ich eigentlich nie wirklich game over gegangen bin außer zwei ein zweimal glaube ich oder nicht mal dann ich bin nicht mehr ganz alles sicher aber ich möchte nicht mehr allzu lange um brei herum reden ich hoffe es habe ich gefahren wenn ja hinterlasst mir wie ich vorher gesagt habe eine bewertung wenn ihr nichts mehr verpassen wollt hinterlasst mir ein abo und ich kann nicht mehr reden das unterstützt mich und würde mich ziemlich sehr freuen und ja zum abschluss noch ein kleines gedicht vom bilbo die straße gleitet fort und die straße gleitet fort und fort weg von der tür wo sie kann weit über land von ort zu ort ich folge ihr so gut ich kann ihr lauf ich rasch fußes drach meine nase ist verstopft bis sie sich groß und breit verpflichtet mit weg und wagen ist tausendfach und wohin dann ich weiß es nicht auf ins nächste spiegel bis dann ich bin raus mit diesem peinlichen gedicht bis dann tschau ich hoffe es hat spaß